G8 2007, die Welt zu Gast in Mecklenburg-Vorpommern. Sag deine Meinung, aber ohne Gewalt. Hallo Leute, hier ist Paule Beinlich vom FC Hansa Rostock. Der Ball ist rund, ein Spiel geht 90 Minuten. Zu jedem G8-Gipfel gehört auch der Protest. Aber friedlich sollte er sein. Denn Krawalle, ob auf der Straße oder im Stadion, sind völlig überflüssig und daneben. Die Betroffenen von solchen Aktionen sind letztlich wir alle. Daher meine Bitte, Fairplay auch beim G8-Gipfel. Sag deine Meinung, aber ohne Gewalt. Wir setzen uns ein. Eine Gemeinschaftsaktion der Medien in Mecklenburg-Vorpommern und der Polizei.